Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Heute bei uns von Body Amorvent das Eissystem. Nicht nur wenn die Temperaturen im Sommer steigen, sondern generell beim Einsatz vom Plattenträger mit Ausrüstung und Bekleidung darunter hat man immer das Problem, dass man hier anfängt zu schwitzen. Das ist auch der Grund, warum Combat Shirts entwickelt wurden im Vergleich zu einer BDU Jacke. Einfach nicht nur, dass man keine Knöpfe hat, die drücken unter dem Plattenträger, sondern um wirklich am Oberkörper unter dem Plattenträger die bestmögliche Luftzirkulation zu haben. Nichtsdestotrotz liegt der Plattenträger in der Regel bei den meisten Plattenträgern direkt am Körper an. Das heißt, man hat da, ihr kennt das vielleicht auch vom Rucksack, die typischen Stellen oder beziehungsweise den typischen Effekt, dass das Material am Körper drückt und dadurch natürlich dann Schweiß entsteht. Das ist generell vom Körper erstmal gut durchdacht, denn wenn es warm wird, muss man schwitzen, damit der Schweiß ab durch den Wind oder durch die Luftzirkulation abkühlt und dadurch dann eine Kühlung und Kühlungseffekt entsteht. Das Problem bei einem Plattenträger ist allerdings, das liegt alles dicht an, das ist ja auch beim Rucksack so, wenn man kein gutes Polstersystem hat, es drückt alles zusammen und dann kann natürlich keine Luftzirkulation entstehen. Das Einzige, was entsteht, ist ein unangenehmes, nasses Gefühl am Rücken, weil nichts kühlen kann. Genau da hat sich Body Armour Vent hier das ICE-System ausgedacht. Das ist nicht nur für Kühle, sondern das bedeutet auch Increased Combat Effectiveness. Dafür steht ICE, nicht für den deutschen Nahverkehr oder Fernverkehr. Und diese Panels kann man dann nachrüsten bei Plattenträgern. Das ist so vom Prinzip her, das nennt sich E-Fab bei Body Armour Vent und funktioniert auch mit Verdunstungskälte. Ihr seht das hier schon vom Panel her, das ist wenige Millimeter dick. Ihr habt hier eine etwas robustere Vorderseite und eine Flauschklett oder Velourklett Rückseite, auf die dann auch Hakenklett aufgebracht werden kann. Da habt ihr auch im Lieferumfang entsprechend dann Streifen mit dabei, um das dann aufzukleben. Und das kann dann in den Plattenträger hinten eingeklebt werden, wenn ihr da auch auf dem Plattenträger entsprechend eine Klettlösung habt. Habt ihr das nicht, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr geht zum Schneider eures Vertrauens und lasst euch auf der Innenseite eures Plattenträgers nochmal Flauschklett nachrüsten. Oder dadurch habt ihr dann aber nicht mehr einen ganz so guten Effekt. Ihr schiebt das hier mit ins Plattenfach ein. Denn die Polster sind natürlich nicht nur für die Luftzirkulation, sondern auch für den Komfort nochmal ein Vorteil. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir hier das OEM-Panel zeigen. Aber so viel zum Prinzip. Durch die vielen kleinen Löcher, die hier eingebracht sind und die Erhöhungen, die hier auf dem Material zu sehen sind, habt ihr hier dann die notwendige Luftzirkulation, die dann mit der Feuchtigkeit des Schweißes hier die Verdunstungskälte generiert und dadurch natürlich man länger effizient im Einsatz bleibt und hier die notwendige Kühlung erreicht. Ich habe hier für euch mal zwei verschiedene Plattenträger mitgebracht. Die bieten beide auch die Option mit Flauschklett auf der Innenseite. Wie gesagt, das machen immer mehr Hersteller, weil es eben auch diverse Polsterlösungen gibt. Das hat man auch schon mal bei uns auf dem Kanal mit Sicherheit gesehen, dass dann so zwei Klettstreifen auf einem Plattenträger zu finden sind, wo dann ein einfaches Polster aufgebracht wird. Das liegt dabei dann auch dicht an. Da ist dann nur die Lücke dazwischen für die Zirkulation und hier hätte ich das dann halt vollflächig. Wir haben hier auch nochmal ein Bild für euch von Eiswend selbst, wo ihr sehen könnt, wie hier der Unterschied ist, wenn der Plattenträger direkt auf dem Körper getragen wird und wenn dazwischen hier das Bodyarmament-Eissystem angebracht ist. Da seht ihr schon auch von der Schweißabbildung hier mit den Löchern, dass das auf jeden Fall was bringt. Ich habe mich auch mal gewagt, mit dem Plattenträger ein bisschen unterwegs zu sein. Ich habe es aber nicht geschafft, tatsächlich sogar, diese Löcherstruktur im Schweiß zu bringen. Ihr seht es hier, wenn ich den Plattenträger ablege, da ist nichts zu sehen tatsächlich. Also es hat bei mir zumindest auf jeden Fall so, wie es der Hersteller bewirbt, funktioniert. Okay, dann gucken wir uns mal die Plattenträger an. Erstmal einen typischen, der vollflächig mit Klett ausgestattet ist. Den hatten wir euch auch schon vorgestellt. Das ist der HUSA-Plate Carrier und da habe ich natürlich leichtes Spiel. Denn ich kann hier meinen Hakenklett so aufkleben, wie ich das brauche. Das ist völlig egal, den kann ich quer, kreuz und quer vollflächig von mir aus auch und kann das hier einfach dann aufbringen. Und dadurch habe ich dann die Ventilation geschaffen, die notwendig ist auf der Innenseite vom Plattenträger. Es wäre jetzt noch ein Verbesserungsvorschlag von unserer Seite. Der Hakenklett, der hakt extrem gut. Also das Klett ist wirklich sehr effizient und auch der Kleber klebt sehr gut auf glatten Oberflächen. Allerdings ist hier die Oberfläche von dem Amorvent nicht glatt. Deswegen auch hier wieder, wenn ihr da eine permanente Lösung haben wollt, könnt ihr natürlich auch einfach normales Hakenklettband euch besorgen und das von der Schneiderin gerade drauf nähen lassen. Das wird weniger Euro kosten. Wäre dann permanent und würde dann auch noch den zweiten Vorteil bringen. Nämlich, das ist ja dann auch was, was mal in die Waschmaschine landen kann. Den Plattenträger möchte man vielleicht nicht so oft waschen. Aber die vollgeschwitzten Pads könnte man dann ohne weiteres in die Waschmaschine schmeißen, was hier mit dem Aufklebeklett natürlich ein bisschen schwieriger ist. Nur so als Tipp von unserer Seite, wenn ihr das machen wollt und langfristig nutzen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall dann über diese Variante machen. Okay, wir haben hier auch nochmal, damit ihr das auch mal sehen könnt, wie das Material aufgebaut ist, haben wir mal ein Stück von dem OEM-Panel abgeschnitten und mal aufgeschnitten. Da ist innen drin ein silikonartiger Schaumstoff, das ist offenporig, bedeutet, ihr könnt die Pads zuschneiden, wenn ihr das wollt oder auch das OEM-Panel entsprechend zuschneiden, so wie ihr das braucht. Man muss keine Sorge haben, dass dann hier Material rauskommt, wie man das vielleicht von Pads kennt für die Helme. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass dann das wieder verschlossen wird, weil sonst einfach das Material sich herauslösen wird. Das ist hier nicht der Fall, das bleibt alles so, wie es ist, also komplett zuschneidbar. Und da sieht man dann auch schön, wie hier das Wasser in diesen Poren aufgenommen wird. Und wenn ich das drücke, dann drückt es das auch raus und das ist natürlich genau der Verdunstungseffekt, den man gerne hätte. So, dann habe ich hier noch einen Plattenträger und zwar, das ist ein AVS von Cry und der ist auch innen mit Klett ausgestattet, allerdings nur in gewissen Teilen. Und das wollte ich euch gerade mal zeigen, weil da ist es natürlich wieder spannend mit den verschiedenen Klett-Modulen. Nehmen wir es mal so. Fangen wir mal mit der Rückseite an. Die Rückseite ist hier zweigeteilt. Da würde genau auch das funktionieren, wie eben im anderen Plattenträger gezeigt mit dem Modul. Das kann ich hier einfach draufpacken und habe dann hier vollflächig meinen Abstandshalter. Auf der Front allerdings ist nichts dafür vorgesehen, sondern nur die Halterung für die Schulterträger, beziehungsweise hier auch, um den Kammerbond zu fixieren. Da gäbe es jetzt keine Möglichkeit, das so zu machen, aber da kann ich mir natürlich den Hakenklett so zuschneiden, dass ich das hier auf diese Stellen passend habe. Und damit hält das dann auch. Das muss ja nur an vier Stellen fixiert werden und bleibt dann hier auch schön in Position. Es gibt aber auch noch zusätzlich die Möglichkeit, die Platten anderweitig zu nutzen. Und zwar das, was wir eben gezeigt haben, war ja das EIS-System in Form einer SAPI-Platte, Medium, also wirklich direkt für den Plattenträger designt. Es gibt aber auch noch das OEM-Panel. Hier haben wir schon ein Stück was weggeschnitten, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen im Video. Hier habt ihr aber auch nochmal eine Aufnahme von der kompletten Größe, haben wir vorab für euch gedreht. Und zwar ist das 50 x 60 cm großes Panel und lässt sich, wie ich schon gesagt habe, beliebig zuschneiden. Die Einschränkung, wie ihr dieses Panel nutzen könnt, ist eigentlich nur euer Verstand. Wir haben hier schon mal vorhin ein bisschen gefachsimpelt, für was man das alles verwenden könnte. Man könnte es als Knieschoner-Einlage nutzen, als Einlage für den Gürtel. Ihr könnt es so zuschneiden, wie ihr das braucht. Wir haben hier für einen Chestrick zum Beispiel auf der Rückseite ein leichtes Pad, das man hier auch auf der Brust oder auf Bauch, wenn man das Chestrick einsetzt, das entsprechend zuschneiden kann. Man könnte sich überlegen, das für Rucksäcke zu nutzen, die keine Belüftung oder keine Pads haben auf der Rucksäcke. Wie hier zum Beispiel der Warrior Assault Systems Rucksack. Den gibt es übrigens auch bei Best Protection. Der hat Molle auf der Rückseite, weil er dafür gedacht ist, primär auf eine Weste eingesetzt zu werden. Aber man kann ihn aber auch natürlich ohne Nutzen mit den Schulterträgern. Und da könnte man hier entweder das so machen, wie ich es jetzt hier mal vorbereitet habe, in schmalen Streifen, gerade über das Molle. Ihr könnt natürlich aber auch trotzdem hier vollflächig das Ganze anbringen. Das war jetzt hier ein bisschen Spielerei, einfach um zu gucken, hält das Material, ist es auch robust, ist es reißfest, wenn ich das durch eine Molleschlaufe mache. Und da sind die Erfahrungen bisher auch durchaus positiv. Wir können es als Schießunterlage benutzen. Unmögliche oder unendliche Anwendungsmöglichkeiten für dieses Material. Es ist sehr leicht und lässt sich eben auch gut verarbeiten. Das war unsere kurze Vorstellung der Body Armour Vent Ice System und des OEM Panels. Wir finden, das ist ein gut durchdachtes System. Funktioniert vielleicht nicht für jeden hundertprozentig gut. Vielleicht hat der ein oder andere eher bessere Erfahrungen mit einzelnen dicken Pads, mit Schaumstoffpads gemacht. Für uns hat es allerdings gut funktioniert. Und das Feedback ist auch, denke ich, im Internet gut zu finden, dass viele sagen, das funktioniert. Und wenn ihr das euch kaufen wollt, dann könnt ihr bei Best Protection reinschauen. Die haben das hier in Deutschland für euch im Shop. Der Link zu Best Protection ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Nutzt ihr bereits irgendwas zum Kühlen für euren Plattenträger? Oder habt schon Erfahrungen mit dem Body Armour Vent gemacht? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Bis dann.